Ich bin hier nicht ganz richtig. Du gehst ja eigentlich auf der anderen Seite. Hau ab, Mann! Ne, ich bin hier schon richtig. Ein bisschen was hat sich verändert. Das Stadion ist ziemlich groß geworden. Und ich stand ja trotzdem mit Karlsruhe noch in Kontakt und habe die Spiele natürlich verfolgt. Ja, im Profitrakt drüben war ich schon. Und ja, ich freue mich jetzt einfach hier wieder los zu legen.